Mann, lass mich los! Niemand bringt mir mal nebenbei, du Hexe! Das kann schon sein, aber ein Kuss schon. Oh, krass! Du bist so ein nerviges Biest und du kennst keine Regeln! Keine Regeln! Damit meine ich nicht, dass du die Periode nicht kennst, denn die kennst du. Du bist eine Frau. Aber alles in allem bist du zum Kotzen. Weißt du, was du bist? Nein, weiß ich nicht. Sag's mir. Du bist ein langweiliger, anstrengender, nervtötender, beschissener, stinkender Fettsackmann. Ich bin nicht fett. Ich meine, was soll ich in der Quarantäne machen außer Essen? Steffen, nein! Steffen, danke! Das geht nicht so weiter. Hat es keine Beine oder was? Was? Schon gut. Ich meine, Leila, wenn sie dich nicht knöchelt, dann knöchelt sie mich und andersrum. Das geht nicht so weiter. Soll ich jetzt machen? Wenn Gardium Leviosa rufen, dann ist sie wieder brav? So funktioniert das nicht. Sie braucht jemanden, der jetzt zeigt, wo es lang geht. So eine Art Google Maps? Bläsen! Ja, schon verstanden, aber wer soll das sein? Ich habe eine Person im Internet gefunden, die uns helfen kann und die ist schon auf dem Weg zu uns. Ja. 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 Ja, das ist alles in Ordnung bei euch? Nein, also bei mir ist alles in Ordnung, aber nicht bei Leila. Ich nehme Leila, die junge Dame auf dem Balkon steht. Ja, ganz genau. Keine Sorge, ich werde sie auf den richtigen Weg bringen. Ich bin Profi in dem Gebiet. Und in einigen anderen auch. Toll, dass Sie auch in anderen Gebieten Profi sind. Wollen Sie dann jetzt loslegen? Ich spiele kein Lotto. Okay. Junge, ich mach's platt wenn ich dich auf der Straße sehe. Das ist mein Gebiet. Bist du hier, reiß ich dir jedes einzelne Nasenhaar raus. Weißt du, du bist... Es ist mir scheiße. Ja, du mein Fasern. So redet man nicht mit anderen Leuten. Junge, ist das dein Ernst? Schöne Hände, dann pflegst du die mit einer speziellen Lotion. Heute ist so ein wundervoller Tag. Lass dich im Arm. Beruhig dich doch mal. Ich werd mich nicht beruhigen. Wen habt ihr da angeschleppt? Ist das Mary Poppins oder was? Das ist die Antwort auf deine ständigen Zickerei. Ich bin eine Zicke. Leck mich. Ihr seid zehnmal schlimmer. Warte, hab ich... Wo kommt die denn jetzt her? Ich hab keinen Schimmer. Die Tür ist doch zu. Wie bist du hier reingekommen? Das spielt keine Rolle. Zeit für deine Erziehung. Ich komme gleich Frau Erzieherin. Die wird noch ihr Blaus unerleben. Ähm, was wird das hier? Ich guck mir zu, wie sie schläft. Du ziehst sie aus mit deinen Blicken, du abartiges Schwein. Warum pennt die überhaupt? Wie ist denn die Siebro? Mein Schönerzschlaf, was ist auch nötig? Äh, ich bin schön genug, zumindest innerlich. Und jetzt komm. Was ist denn los? Du kommst jetzt mit. Schöne nicht. Komm jetzt mit, Junge. Was ist denn hier los? Er hat auf deine Hupen gegafft. Ich wollte ihn davon abhalten. Das ist doch glatt gelogen. Er hat dich ausgezogen mit seinen Blicken. Ich wollte ihn davon abhalten. Lügner. Du bist der Lügner. Stopp. Hat euch eure Mutti keine Manieren beigebracht? Entschuldigung, Frau Erzieherin. Sehr gut. Und jetzt entschuldigt euch beieinander. Entschuldigung, dass ich so gemein zu dir war. Sehr gut. Und jetzt noch einen Kuss. Okay. Nein, ihr sollt euch küssen. Bitte was? Ihn küssen? Ich meine ja keinen Zunkuss. Einfach nur ein kleines Küsschen als Zeichen, dass ihr euer Gegenüber wertschätzt. Aber ich schätze ihn. Ich esse ein nerviger Saftsack. Bin ich gar nicht. Doch, bist du. Legt euren Hass ab. Ein für alle Mal. Und gebt euch ein kleines Küsschen. Wir sind am Arsch. Wir ziehen das jetzt durch. Wir erzählen niemandem davon. Niemals. Ich hasse dich. Ja, und ich hasse dich. Drei, zwei, eins. Stopp! Wollt ihr euch im Ernst so knächeln lassen? Ich meine, ich will, dass ihr euch so küsst. Aber es ist so geil. Halt deinen Mund. Gibt es ein Problem, Fräulein? Ich spreche gerade zu meinem Problem, du Problem. Und wie willst du das Problem lösen? Ich prügel es auf sie raus. Versuch's doch. Na, warte. Mann, lass mich los. Niemand bringt mir mal nebenbei, du Hexe. Das kann schon sein. Aber ein Kuss schon. Oh, krass. Boah, was für ein Traum. Oh. Du ekelhaftes Schwein. Oh, der. Wofür war der denn? Hat Lust? Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat so viel Spaß gemacht, mit den Leuten hier zu drehen. Vielen Dank an dich, Maria. Vielen Dank an dich, Bianca. Vielen Dank an dich, Andreas. Sehr wichtig, alle auszuchecken. Instagram und alle sozialen Medien von diesen Personen sind unten verlinkt. Folgt jedem Einzelnen unbedingt. Sie sind wirklich sehr cool. Sehr lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und Action. Ah, Kacke. Und Action. Nein, nochmal. Hast du hier getan? Nein, ich fass schon. Alter. Ich bin eine Zicke. Ihr seid zehnmal. Nee, nochmal. Ja. Ich bin eine Zicke. Und Action. Ach so. Nein. 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 Sie braucht jemanden, der ihr Zeit muss angeht. Ja, zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Was ist denn? Ich bin eine Zicke. Das ist ein Zicke. Okay, nochmal. Andi guckt mich so lang. Ich kann nicht. Ja. Okay. Greift noch. Und Action. Er könnte ihr mit seiner Kö... Er könnte ihr mit seiner KÖ... Er könnte ihr mit seiner KÖ... Okay. Er könnte ihr mit seiner KÖ... Okay. Er könnte ihr mit seiner köstlichen... Oh, Scheiße! Scheiße! Das sind 30 Minuten! Warte, wie war der Text? Das kann schon sein, aber ein Kuschon. Kann schon sein, du möchtest, aber ein Kuschon! Action! Entschuldigung! Warte, warte! Hä? Das braucht ihr und der zeigt, wie es nehm geht, okay? Was? Scheiße! Sorry, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Das ist aber auch nicht so gut! Tja! Ich glaube, sein Gesicht macht das. Ich kann auch sein. Und Action! Was? Warte, warte, warte! Das war perfekt! Das habe ich nicht gewusst! Hast du gesehen, dass ich für dich gefürzt bin? Okay, nochmal! Action! Sorry! Das ist auch eine Sache! Das ist ja ganz so ein Lachdienst da! Okay, auch so! Okay, und Action! Sobald von Action bleibt, ist ja immer noch! Ja! Warte! Okay! 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 Seid ihr ready? Und Action! Hä? Arty, ist das dein Ernst? Ich kann nicht mehr! Ich hab Nachflash auf einmal! Ich verstehe es nicht! Es kommt einfach! Es ist auf einmal nur live! Ja! Okay! Und... Was ist das denn? Das wird toll! Ich debuted этих Okay.